Ich würde darum gebeten aufzunehmen, deswegen auch ein herzliches Willkommen an alle Recording-Zuschauer. Und zwar, Leute, der heutige Team-Call geht um das Thema wirklich P300, nicht nur darum, aber wirklich auch um ein paar andere Dinge drumherum, aber es soll wirklich ein P300-101-Call werden, wo wir euch einfach zeigen können, wer ihr erstens das hinbekommt und das mit ganz, ganz einfachen Tipps und Tricks, die wir auch erst vor kurzem gelernt haben auf dem P600-Event unter anderem und natürlich auch aus eigenen Erfahrungen und darum soll es wirklich heute gehen und Farida und ich haben uns zusammengetan und uns wirklich einige Sachen überlegt, wir haben auch eine Präsentation, die ich jetzt gleich teilen werde, dann könnt ihr da auch so ein bisschen mitlesen und Leute, auch liebe Farida, wir hatten erst vor, ich glaube, zwei Tagen oder so einen Call gehabt und sie hat mir auf jeden Fall ihre Ziele, also wirklich, Leute, ich habe sie auch geschrieben, Farida, Farida hat sich einen Plan gemacht, so für die nächsten paar Wochen, Monate, wie auch immer und ich habe noch nie, also ich würde echt behaupten, ich glaube noch nie so einen guten Plan gesehen. Der war so, so heftig, also wirklich sehr, sehr gut aufgestellt, ganz genau, sie weiß ganz genau, was sie erreichen möchte, ganz genau, was sie dafür zu tun hat und wisst ihr, woher sie den Plan hat? Unter anderem halt, natürlich hat sie ihr eigenes Zeug mit reingebracht, aber der Ursprung davon kommt aus der Session von der lieben Caro, unsere neue Mindset-Educatorin. Das heißt, da hat sie das Ganze wirklich hergenommen und Leute, das haut auf jeden Fall rein, deswegen Farida hat sich große Dinge vorgenommen und will aber nicht nur sich große Dinge vornehmen, sondern natürlich auch euch große Dinge ermöglichen und da wollen wir euch gerade auch mit dem Call natürlich heute helfen, da die ersten Schritte zu tätigen, deswegen ist sie jetzt auch hier einmal mit mir gleichzeitig auf der Bühne und wir legen auf jeden Fall los mit dem Thema. Wir haben nämlich nur einen kleinen Link, Leute, wir haben ja eh gesagt, in Zukunft möchten wir die Team-Calls nicht immer auf eine Stunde ausreizen, wenn es geht, sondern halt eher so 30, 35, vielleicht mal 40 Minuten, deswegen, genau, muss der Link auf jeden Fall dementsprechend hier reichen, aber ich teile auf jeden Fall mal meinen Bildschirm, so, genau, und zwar P300 101 Call Guys und die allererste Sache, die schon mal wichtig ist, und lass mich ganz kurz hier mal mein Handy aufstellen, ist wirklich das Thema für alle Neuen, weil ich weiß, wir haben immer noch Leute und du musst jetzt selber einschätzen, ob du dich als neu ansiehst oder nicht, aber selbst wenn du noch nicht ganz neu dabei sein solltest, dann weißt du auf jeden Fall vielleicht immer noch nicht alles über diese ganzen Themen, deswegen selbst für dich wird es vielleicht auch gut sein, da nochmal kurz, ja, dazu zu hören und zu wissen wirklich, was hinter dem 243 und was hinter dem P300, P600 oder auch P1000 steckt, Leute. Ich habe meinen Laptop mit meinem Handy auch verbunden, könnt ihr mir nur einmal kurz zur Bestätigung sagen, läuft alles, alles smooth, passt es so oder irgendwie nur zum Wissen kurz. Yes, oder? Ja, okay, gut. Easy. Genau, und zwar, Leute, erstes Thema erstmal, was ist wirklich der 243? Und um das einmal kurz zu erklären, nochmal für alle Neuen, ich denke, eh, das ist die meisten Wissende, aber der 243 ist einfach eine Möglichkeit, dir kostenlos ein Business aufzubauen, hier bei IM. Und Leute, sich kostenlos ein Business aufzubauen, in meinen Augen, und ich mache das Ganze schon seit einigen Jahren, denn 243 gibt es auch schon seit damals, ist krass. Es ist nicht selbstverständlich, sich kostenlos, okay? Ich weiß nicht, ob man, ob man wertschätzt, ist glaube ich gar nicht mehr so krass, aber sich kostenlos ein Business aufbauen zu können. Also ich finde es verrückt. Überall anders, egal was du heutzutage für Unternehmen gründest, glaubt mir, Leute, man hat immer so krasse Kosten. Ich kenne das selber, ich komme auch aus einer Familie, die sich selbstständig gemacht hat oder auch Tanten, Onkel und so weiter. Und Leute, das sind Sachen, das wollt ihr gar nicht wissen. Eine Tante von mir zum Beispiel hat ein LKW-Business, die musste sich erst mal LKWs kaufen, okay? So, also, wisst ihr, was ich meine? Es gibt verschiedene Sachen, aber man hat immer irgendwo Investments. Und hier wirklich rein starten zu können und die Chance zu haben, theoretisch ab dem ersten Monat two for free zu gehen und sein Business komplett kostenlos zu haben, ist einfach nur krass. und es liegt an einem selber, ob man es nutzen möchte und auch die nötigen Schritte dafür eben einleitet. Und gerade auch, wenn du ein super kleines Einkommen hast, ich weiß, es gibt unterschiedliche Einkommen, die wir hier im Team natürlich haben. Das ist ja ganz normal, nicht jeder verdient gleich. Sowas gibt es zum Glück noch nicht auf der Welt, so ein Universaleinkommen. Aber so oder so, es gibt natürlich Leute, die verdienen ein bisschen weniger und auch da, wenn du sagst, hey, ich will mir unbedingt ein Business aufbauen, aber ich habe einfach wirklich nicht die größten finanziellen Kapazitäten, dann geht du for free. Also, es gibt da wirklich gar keinen Grund oder gar keine Ausrede, das nicht zu können. Du gehst einfach to for free. Deswegen, alles ist wirklich gebotene und ihr kennt es selber auch, Leute, ihr kennt all den Vergleich im Fitnessstudio. Es gibt es wirklich sehr, sehr oft, dass man zwei Leute referen, also empfehlen kann, kostenfrei trainieren kann. Es gibt überall auf der Welt diese Sachen. Geh mal auf deine Lieblings-Apps, auf deine Lieblings-Websites und schau mal nach, in deren Einstellungen oder egal, einfach auf der Website selber, ob sie auch irgend so eine Art Programm haben. Du wirst merken, das ist wirklich krass, Leute. So viele tatsächlich von unseren Lieblings-Websiten und Apps und so weiter haben so eine Art Referral-Programm. Selbst Paypal hat sowas, okay? So, da ist es vielleicht jetzt kein 2 for free, weil sowas geht jetzt bei Paypal oder so nicht. Aber die meisten Seiten haben solche Dinge, weil es einfach mega, mega nice ist, einfach auf der Art und Weise sein Business aufzubauen. Deswegen seid euch das bewusst, dass es ein gängiges, ja, ein gängiges Ding, einfach so sein Business aufzubauen und viele Sachen haben es zum Beispiel. Revolut bezahlt dich sogar. Save. Ja, Mann. Also es gibt wirklich alle möglichen Sachen, so viele Karten auch und Zeugs, wo man das empfehlen kann. Deswegen ist es echt cool und deswegen hat sich IM dementsprechend eben auch für diese Art von Werbung entschieden. Weil, wenn man echte Erfahrungen an neue Menschen geben kann, ist das einfach der Game Changer. Es gibt nichts Größeres, als echte Erfahrungen weiterzugeben. Leute, wenn ich mit einer Person rede über IM, so ich kann sechs Jahre sogar, das müsst ihr ja nicht mal, das checkt man schon nach ein paar Wochen, aber ich könnte theoretisch sechs Jahre echte Erfahrung dieser Person geben und es aus dem Herzen empfehlen. So, weil ich einfach weiß, dass es einfach nur geil ist. Und das einfach cool finde ich, einfach echte Erfahrungen weiterzugeben und nicht zu wissen, was dahinter steckt. Deswegen, das ist wirklich der große Game Changer und deswegen gibt es das. Genau. Weiter aus darüber natürlich noch der P3, P6, P1. Es ist ein absolutes Blessing, jetzt den P3 zu haben. Den hatten wir damals ja noch gar nicht. Da gab es den P150, der war eher nicht so spannend immer. Es war halt so ähnlich wie der P2, P4, P3. Aber jetzt eben der P3 ist halt schon sehr, sehr nice, weil man da auf jeden Fall dann, ja, dementsprechend natürlich nicht nur dieses P4, P3-Dinges hat, sondern eben auch einen Gewinn hat. Und ich glaube, wir alle wissen, wie das Ganze dementsprechend läuft. Du kannst ja durch den P3, P6, P1 ein weiteres Einkommen aufbauen. Das heißt, du baust ja eh schon aktuell, egal ob es ist durch Trading, durch Investments, durch UGC, durch was, weiß Gott, für eine Einkommensmöglichkeit, wir haben ja gefühlt, alles ist, dein Einkommen auf. Und zusätzlich dazu kannst du eben auch einen Rank machen, P3, P6, P1 und ja, Limit seien dir keine gesetzt. Also, IM hat eh gesagt, wenn der 750 ausgereizt ist, dann machen die einen neuen Rank. Das fängt ja so, ihr braucht euch keine Sorgen um das zu machen. Aber es fängt auf jeden Fall an bei P3. Das ist wichtig zu verstehen. Und das ist eben passives Einkommen. Das ist eben das, worüber auch Alex Morton und die ganzen Leute die ganze Zeit sprechen, dass das einfach ein Einkommen ist, wo teilweise ein Alex Morton dafür bezahlt wird, für die Arbeiten, die er vor acht Jahren reingesteckt hat. Heute noch, jeden einzelnen Woche. Und es ist schon verrückt, so mit anzusehen, dass teilweise einfach Arbeiten, die so hart in der Vergangenheit liegen, teilweise so viele Jahre später erst oder weiterhin eben belohnt werden. Das heißt, es ist immer krass, auch wenn es sich nicht gleich auszahlt, glaub mir dankfristig, wird es sich auszahlen und dann auch immer und immer und immer wieder. Deswegen ist es eben das, ja, die Power dahinter. Und wie weit du da gehst, ich meine, dein Maß an Verantwortung bestimmt deinen Verdienst. Ganz einfach. Das heißt, wenn du mehr Verantwortung bereit bist zu übernehmen und sagst, hey, ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, ja, hier eine Führungsposition einzunehmen über, keine Ahnung, 10, 20, 30, 40, 50, 50, 100, 10.000 Leute, ja, je mehr Verantwortung du hast, natürlich hat man mit der Zeit auch seine Führungskräfte, aber desto mehr wirst du auch am Ende des Tages verdienen. Deswegen das dann auch einfach wichtig zu verstehen, wie weit man da eben reingehen möchte und generell wirst du in diesem ganzen Prozess, egal ob es der P3 ist, selbst da, glaub mir, wirst du schon die ersten Berührungspunkte damit haben, natürlich P6 und P1 dann mehr, aber du wirst Leadership lernen und Leute, Leadership, manche Leute studieren gefühlt dafür ein paar Jahre, um so etwas zu lernen und wir lernen das hier einfach on the way mit ganz vielen Praxisbeispielen jeden einzelnen Tag und Leadership ist eine der besten Fähigkeiten, die du einfach heutzutage lernen und können kannst, zu wissen, wie du Leute von Punkt A zu Punkt B bringst und einfach Leuten dementsprechend helfen kannst und das lernen wir eben hier und das kannst du auch in dem Prozess zum P3, P6 und P1 dementsprechend lernen. Natürlich auch weitere Dinge, die man erwähnen muss, ist natürlich den Impact zu haben, aber über Vorteile wird Farida gleich noch ein bisschen quatschen, deswegen will ich nicht zu viel vorwegnehmen und ja, ansonsten, dass man einfach weiß, hey, je mehr Menschen du natürlich, ah genau, warte mal, ich habe etwas anderes aufgeschrieben, sorry Leute, ich war gerade zu verwirrt von meinen Notizen. Kennt ihr das, wenn ihr euch Notizen macht, die zu lang sind? Wenn da so gefühlt so fünf Sätze untereinander stehen, denkt ihr euch so, wo war es denn geschaut denn nochmal? Das war kein Problem. Genau, aber was ich eben meine ist, dein Ziel sollte sein, weil das ist mein Ziel zu 100%, dass ich persönlich selber so vielen Menschen wie möglich dieses Business hier zeigen kann, dass ich sie eben, ja, die dabei unterstützen kann, freier zu werden, weil so, das ist ja die Aufgabe, jeder muss es ja selber für sich machen, so es bringt mir jetzt nichts zu sagen, so ja, ach, die Person soll mal ganz viele Leute introducen und frei zu werden, nein, du willst ja den Impact machen, das heißt, du möchtest ja eine Person finden, die du an die Hand nehmen kannst, deinen Rohdiamanten, den schleifen, denen das Business zeigen und am Ende sagen können, wow, ich hatte einen guten Einfluss gehabt und habe der Person irgendwo helfen können, klar, hat es die Person am Ende selber gemacht, die Arbeit, aber ihr wisst, was ich meine. Deswegen einfach die Dinge zu verstehen, ist sehr, sehr wichtig und dementsprechend ist da schon mal jetzt alles abgeklärt zu dem Thema P3, P6, P1 und 2&3 hoffe ich. Farida wird jetzt direkt auch gleichermaßen schon, wo ich es so ein bisschen angekratzt habe, schon auf das Thema eingehen, wirklich von Vorteilen und zwar einmal, oh, sorry, nein, das dürfen wir nicht sehen, einmal Vorteile von 2 for 3 und natürlich auch von P3, P6, P1. Deswegen, Farida, du kannst gerne loslegen und ich bin gespannt, was du alles für Vorteile aufzählst. Dankeschön, Leute, ich freue mich auf jeden Fall erstmal hier sprechen zu dürfen und ich lege mal direkt los und zwar erstmal, Leute, warum willst du deinen Freunden nicht davon erzählen, wenn du selber von dem Business überzeugt bist und weißt, dass es bei dir funktioniert hat, warum möchtest du nicht deinen Freunden das Ganze erzählen, warum willst du denen das Ganze vorenthalten? Die Vorteile dabei sind, erstens, du hast die Journey nicht ganz alleine, natürlich hast du sowieso immer uns hinter dir, also wir haben hier eine Community, wo du dich immer dran wenden kannst, eine Teamgruppe, wo du immer Fragen reinstellen kannst, teilweise kannst du uns sogar privat fragen, wenn du unsere Nummern hast, die sind ja überall, ja, sind in den Gruppen drin, aber du hast nochmal eine Freundin, wo du sagen kannst, das ist mein Accountability Partner, das ist zum Beispiel eine Person, die direkt mit dir angefangen hat und die kann direkt mit dir alles durchziehen und dann hast du so eine Person, die immer abcheckt, hey, hast du das schon gemacht, diesen To-Do? Ja, habe ich gemacht und du? Ja, nice. Und das ist halt einfach ein richtig, richtig nice Gefühl und das ist halt einfach, das kann man auch irgendwie nicht ersetzen, natürlich schaffst du es auch ohne dieses Gefühl, aber es ist nochmal was anderes und ich finde, das ist schon mal ein großer Vorteil, weil du kommst damit auch irgendwie schneller voran, weil du immer eine Person hast, die immer abcheckt und du selber checkst auch ab und du willst ja nicht abchecken, wenn du nichts gemacht hast und dazu kommt dann auch noch, dass man sich darüber, also die Gedanken machen muss, so, wir haben so viele Restaurants gesehen draußen, wo wir unseren Freunden oder auf Social Media das geteilt haben, wo wir so gesagt haben, boah, das ist richtig nice, guck mal, wie lecker es dort ist, geh da auf jeden Fall hin, ich kann es dir nur empfehlen, das Restaurant hat dich weder bezahlt dafür, noch hast du irgendetwas dafür bekommen und trotzdem hast du es weiterempfohlen, das heißt, sobald dir etwas gefällt, kannst du es weiterempfehlen, wenn du eine Sache angefangen hast und das merkst du schon gefühlt in den ersten paar Tagen, das ist was für mich, dann kannst du das anderen Leuten weiterempfehlen, so wie du jede andere Pizza weiterempfiehlst, nach den ersten Happen, kannst du genauso auch dein Business weiterempfehlen, weil ganz ehrlich, am Ende des Tages entscheidet die Person selber, ob sie das Ganze mit dir machen möchte oder nicht und gleichzeitig siehst du halt einfach, wie die Freundschaft sich nochmal bindet, weil wie geil ist das bitte, wenn du Freunde hast, mit denen du reisen kannst und wo du nicht immer abchecken musst, oh, hat sie jetzt ihr Gehalt bekommen, kann ich sie fragen, muss sie jetzt bis Ende des Monats warten, bevor wir irgendwo hingehen, nein, du kannst direkt einfach los, let's go, let's book it und das ist einfach so ein Ziel, was richtig, richtig nice ist und das kannst du einfach damit erreichen, mit 2 und 3, aber auch gleichzeitig mit den anderen Ranks, die dann kommen, P300, P6 und so weiter und ich finde halt einfach, wenn man sich, so wie Mirianna gesagt hat vorher, wenn du es dir finanziell nicht leisten kannst, dann ist das das Beste, was du tun kannst, wenn du weißt, in den nächsten paar Monaten, ich weiß nicht, ob ich es schaffe, das zu bezahlen, dann ist das die Lösung einfach dafür und das ist so nett, dass I am uns so zu vorkommen, weil das ist, als ob I am weiß, wir haben so welche Struggles und deswegen haben die sowas erschaffen mit dem 2 und 3 und das finde ich richtig nice und jetzt kommen wir nochmal zu den anderen Ranks, warum solltest du P300 werden, warum solltest du P6 werden und warum P1? Die Frage ist, warum nicht? 1000 Euro extra im Monat, was würde das in deinem Leben verändern? Allein 300 Euro extra im Monat, was würde das in deinem Leben verändern aktuell? Überleg dir das, überleg das mal ganz kurz, es sind bestimmt einige Sachen, die genau auf so ein, ich sag jetzt mal, kleine Summe ankommen, weil wenn du unseren Compensation Plan anguckst, dann haben wir da noch drüber Ranks natürlich, aber das ist halt das, was mit diesen Ranks erreicht werden soll, dass du halt nochmal einen extra Puffer hast, damit kannst du zum Beispiel, zum Vorteil, du kannst damit investieren mit dem Geld, du kannst in dein Krypto-Portfolio reintun, du kannst in dein Echtgeld-Trading-Account, du kannst damit Funded-Challenges machen, du kannst damit, keine Ahnung, die Stromkosten bezahlen, du kannst du mal sagen, ja, hier, ich bezahle jetzt heute mal die Stromkosten, ich übernehme das mal diesen Monat oder du kannst dir einfach mal selber was gönnen, weil dein Gehalt, davon wird abgerechnet, Steuern werden abgerechnet, Leistungskosten abgerechnet und dann bleibt dir so wenig mehr übrig und ich finde, allein 1000 Euro, das ändert so viel, das heißt, das sind schon allein Gründe, warum du diesen Rank machen solltest, aber ich finde, emotionalere Gründe, warum ich es zum Beispiel mache, ist halt einfach wegen dem Team, das ist so, so schön, wenn du weißt, du hast mehrere Leute, mit denen du das zusammen machst, wenn du weißt, ey, ich gehe auf eine Convention und ich kann jetzt meine Teampartner sehen, ich kann jetzt den Hallo sagen, wir machen da schöne Bilder zusammen, wir hören zu, wir lernen gemeinsam und deswegen gibt es ja auch Lerngruppen, also wenn du mal drüber nachdenkst, Leute, die Lerngruppen sind oder in diese Lesegruppenbücher, äh, Lesegruppenbücher, oh mein Gott, 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 sorry Leute, eine Minute geht hin fürs Lachen, das Beste daran ist eigentlich immer nicht der Witz, sondern Faridas Lache, das ist eigentlich das Witz, das finde ich immer persönlich, was ich eigentlich sagen wollte, diese Buchclubs, die, es gibt diese Gruppe, diese Clubs gibt es extra, weil Leute meistens alleine Sachen nicht richtig hinbekommen, die brauchen immer dieses, okay, ich habe jetzt ein Team, wenn ich es jetzt nicht mache, dann wird es peinlich, wenn ich es jetzt nicht mache, werde ich exposed, wenn ich jetzt Sachen sage, die ich selber nicht mache, peinlich, und das sind so Sachen, die Leute weiterbringen, und man denkt sich so, jetzt gerade denkt man sich vielleicht so, ich weiß nicht, ob das mir wirklich weiterhelfen sollte, aber überleg mal, würdest du das ganze Business von ganz alleine aus machen müssen, ohne dass dir irgendjemand hilft, ohne dass dir irgendjemand sagt, ey, das würde ich nicht machen, das hat bei mir nicht so gut geklappt, glaub mir, mach das nicht, dann würdest du vielleicht ganz anders, dann würdest du vielleicht 100 Jahre brauchen, um ein Business anzufangen, es gibt Leute, die machen 5, die brauchen 5 Jahre, um profitabel in ihrem Business zu sein, profitabel meine ich jetzt im Sinne von, dass sie vielleicht mal 1000 Euro daraus machen, das finde ich ja schon krass, wie schnell du hier die Ranks erreichen kannst, ist wirklich crazy, und du hast hier Paradebeispiele, du hast hier Leute, wo du fragen kannst, hey, wie hast du es gemacht, zeig es mir bitte, ich möchte es auch machen, und teilweise ist das coole, wenn du ein Team hast, das Ganze wird schneller und schneller, du hast vielleicht ein bisschen länger gebraucht, aber du kannst deinen Teampartnern zeigen, wie das Ganze schneller geht, und das finde ich zum Beispiel auch nice, das heißt, du hilfst nicht nur selber, 300 Euro mehr im Monat zu kriegen, sondern du hilfst Teampartnern, dasselbe zu machen, und das ist zum Beispiel eine richtig, richtig nice Sache, und dann, ja, ja, was soll ich noch sagen, was soll ich noch sagen, hä, sorry, jetzt wird das gerade auch passieren, oh mein Gott, schlimm, warte, so, und zwar, ja, also ich bin eigentlich schon fertig, ich dachte, ich habe jetzt noch was, aber auf jeden Fall gebe ich dir das Wort weiter. Alright, easy, danke auf jeden Fall erstmal für die ganzen Aufzählungen von Vorteilen, wir gehen auf jeden Fall weiter über, in ein Thema Leute, und zwar, wie ihr das Ganze schaffen könnt, weil darum geht es am Ende des Tages, wie könnt ihr super free gehen, wie könnt ihr P3, P6 und P1 gehen, und da gebe ich euch heute jetzt mal eine Idee mit, und diese Idee ist nicht, ja, auf meinen eigenen Lorbeeren oder so, wie sagt man das, auf jeden Fall, das ist von Neno, okay, Mornings with Neno, auch unser Educator, Chairman 25, das heißt, alles, was ich jetzt sage, der erstmal komplett auf seine Kappe, ist alles von ihm geklaut, okay, deswegen haben wir das schon mal klarzustellen, aber er hatte eine extrem gute Idee, und zwar, das ist eine Idee zum Thema Social Media, okay, wir reden heute jetzt nicht über Kontaktlisten und Einladen und hier und da, das sind die ganzen Themen, Leute, das wissen die meisten eh schon, und darüber brauchen wir jetzt nicht quatschen, heute geht es um eine ganz bestimmte Idee, die eben Neno uns mitgegeben hat, und die wirklich extrem, extrem hilft, wenn ihr wirklich sagt, hey, ihr möchtet eben diese Dinge erreichen, und zwar, und ich finde das so cool, Leute, und zwar ein Drei-Schritte-Story-System, Instagram-Story-System, ich glaube, wir alle haben Instagram, die einen haben mehr Follower, die anderen weniger, spielt keine Rolle, Leute, Follower kann man sich auch ziemlich schnell aufbauen, wenn man eine Zeit lang viel postet, deswegen, genau, aber ich zeige euch das Ganze jetzt einmal hier, wie das Ganze aufgebaut ist. Oh, nein, ey, heute gehe ich immer schon zwei Schritte zu früh, zu weit hinten drin, genau, und zwar hier, der Step-by-Step-Guide, und zwar, die erste Sache, Leute, die erste Sache, die wir machen, ist eine Story posten, um Neugier zu erwecken, das hat Neno gesagt, wir sollen eine Story posten, die richtig Aufmerksamkeit zieht, die richtig Neugier erweckt, und er hat gesagt, finde kreative Wege, eine Story zu erstellen, die den Zuschauer stoppen lässt, und Interesse und Neugier weckt, das heißt, irgendwas, das vielleicht teilweise so ein bisschen banal auch ist, oder so, einfach aufmerksamkeitserregend, oder irgendetwas, wo Leute sich denken, okay, damit könnte ich mich theoretisch identifizieren, aber ich kenne mich da gar nicht aus, deswegen irgendetwas, wo du denkst, hey, das könnte bei deinen Zuschauern irgendwie, ja, einfach Neugierde erwecken, und sei dabei wirklich kreativ, Leute, es gibt kein richtig oder falsch, und ich habe euch gleich so eine kleine Beispiele auch gegeben, die ich, die ich, die ich euch mitgeben kann, aber an sich solltet ihr euch, je nachdem, was ihr halt auch macht, selber überlegen, genau, was ich dort poste, aber schon mal für euch als Erklärung, erste Sache, Story, Neugierde erwecken, direkt danach, okay, das kommt alles direkt hintereinander, kommt eine Story, eine Testimonial Story, was ist eine Testimonial Story, du teilst deine Erfahrungen und berichtest einfach zum Beispiel, wie die Dinge aktuell laufen, Dinge, die du gelernt hast, Dinge, die du schon erreicht hast vielleicht, deswegen einfach Ergebnisse oder auch Testimonials von anderen Leuten, geht zum Beispiel auch, wenn jemand in deinem Umfeld gerade etwas erreicht hat, kannst du auch darüber reden, und wir haben genug Leute hier bei M in unserem Umfeld, über die wir da quatschen können, okay, das heißt, einfach das als zweiten Schritt zu machen, eine Testimonial Story, im besten Fall ist das eine Face Story, okay, eine höchstens 60 Sekunden Sequenz Face Story, Das ist der Schritt Nummer zwei, wenn ihr noch keine Face Stories gemacht habt und so, auch da macht einfach Face Stories, ganz ehrlich, aber ihr könnt dann auch einen anderen Weg gehen, sag ich mal, wenn ihr das nicht möchtet, aber eigentlich sollte es eine Face Story sein. Und der dritte Schritt ist ein Call-to-Action-Story, und die Story ist wirklich dafür in den meisten Fällen da, um einfach, dass die Leute, die gegenüber sitzen vom Bildschirm, dir dann auch mit dir interagieren, oder sich eben bemerkbar machen, dass du dann eben mit ihnen über das Business quatschen kannst. Und diejenigen, die UGC hier machen, die wissen, was ein Call-to-Action ist, also auch immer am Ende von jedem Video, der Aufruf. Also du sagst dem Zuschauer, was er machen soll. Aber wenn du bei dieser ganzen Story-Reihe keinen Call-to-Action machst, dann war alles davor eigentlich fast schon umsonst. Klar, es kann auch mal sein, dass sich Leute auf deine Testimonial-Story melden oder auch auf deine Neugierde-Story. Aber es ist schon viel, viel wahrscheinlicher, wenn du am Ende noch eine Call-to-Action-Story machst. Warum? Die meisten Leute sind schüchtern und die trauen sich gar nicht, sich da drauf zu melden. Die denken sich so, nee, cool, was ich gerade gesehen habe, aber ich schreibe da jetzt nicht drauf. Oder ich mache da jetzt nichts. Okay? Deswegen müssen wir so eine Call-to-Action-Story machen. Da kommen wir jetzt im zweiten Schritt dazu. Leute, wir fangen links an. Okay? Das sind jetzt nicht die schönsten Stories der Welt. Okay? Ganz links, Leute. Und das habe ich von meinen eigenen Students sozusagen, weil ich das die letzten zwei Tage gesehen habe. Dylan hat es auch gepostet. Und zwar, ihr könnt zum Beispiel eine Story machen, wo ihr Go-Live postet. Und das geht für alle. Egal, ob du Forex machst, egal, ob du Krypto machst, egal, ob du UGC Social Media machst. Du kannst eine Story machen von deinem Bildschirm. Das geht für jeden. Okay? Total simpel, Leute. Das ist die einfachste Story ever. Und ihr könnt dazu schreiben, Found my new alternative to Netflix. Oder auf Deutsch, hab meine neue Netflix-Alternative gefunden. Glaubt ihr, gefühlt jeder da draußen schaut Netflix. Das heißt, Leute werden sich gleich denken, so, hä? Eine Netflix-Alternative? Was schaut die da? Was schaut der da? Was soll das sein? So, es gibt doch kein neues Netflix. So, gibt es eine neue Video-Streaming-Plattform oder was? So, Leute werden sich denken, so, hä? Was ist das? So, das heißt, es ist schon mal so eine Story, die ist so ein bisschen verwirrend. Man schaut es sich an, man kennt Netflix, man mag Netflix theoretisch. Und, ja, man denkt sich so, okay, es gibt irgendwie neues Netflix. Was soll das sein? Das heißt, da hast du die Zuschauer schon mal gefesselt. Okay, neues Netflix, what is happening here, okay? Das ist aber nur ein Beispiel, Leute. Ihr könnt alle möglichen Sachen machen. Seid einfach kreativ. Und ihr seht, es muss hier nicht mehr was Krasses sein. Es geht schon so simpel. Aber ich wollte euch ein Beispiel geben, was eben jetzt hier schon mal für alle Themen anwendbar ist. Dann, die zweite Sache seht ihr schon hier, natürlich eine Face-Story. Das war jetzt auch nur ein Screenshot einfach als Beispiel rausgenommen. Und auf der Face-Story kann ich euch empfehlen, redet ihr über das Testimonial, okay? Das heißt, ihr redet darüber, zum Beispiel, was ihr selber gelernt habt die letzte Woche, was ihr erreicht habt. UG-Stealer haben vielleicht eine Kooperation bekommen. Du hast vielleicht ein gutes Investment in Krypto getätigt. Egal, was es sein mag, du redest darüber. Oder was jemand anders erreicht hat. Oder dies oder das, okay? Einfach ein Testimonial, einfach irgendwo eine Art, ja, Beweis oder Erfolgsgeschichte. Irgendwie sowas in der Art. Einfach ein, ein, ja, einfach so ein kleines, so eine kleine Story einfach, okay? Und dazu kann ich dir sehr, sehr stark empfehlen, vor allem, wenn du es damit startest, mach auf jeden Fall kurze Zusammenfassungen von dem, was du sagst, unten drunter. Das heißt, du schreibst nur ganz kurz dazu, was passiert ist, weil viele Leute werden drüber skippen und sich das nicht anhören. Es ist sehr wichtig, dass die Leute sich das anhören, okay? Das bringt es uns nämlich nichts. Die Leute müssen wissen, was du da sagst. Deswegen, entweder schreibst du unten drunter eine kurze Zusammenfassung von dem, was du sagst, oder du fügst automatische Untertitel bei CapCard ein, okay? Das heißt, diese zwei Möglichkeiten würde ich dir sehr stark ans Herz legen, damit die Leute wirklich zu 100% sich das reinziehen. Es ist eh meistens so, wenn du es die ersten paar Face-Stories machst, werden sich die Leute das eh reinziehen, weil die denken so, was ist denn jetzt los hier? So, jetzt muss ich mir das ja eh anschauen, wenn es so eine Face-Story ist, okay? Aber einfach das hier. Wenn du sagst, hey, du möchtest noch keine Face-Story machen, dann machst du dein Testimonial halt in schriftlicher Form. Dann postest du einen Shoutout, dann postest du deinen Chart und sagst, hey, ich habe da investiert, da habe ich ausgecashed. Egal, was es sein mag, du kannst so viel dort spielen. Mach einfach ein Testimonial. Und die dritte Sache, Leute, und dieses Slide mag jetzt ein bisschen verwirrend sein, okay? Ich wollte euch nur kurz aufzeigen, verschiedene Möglichkeiten, ein CTA zu machen, okay? Die erste Möglichkeit, also ihr macht immer einen Text dazu, ganz wichtig, einen Text ganz oben. Und dann darunter macht ihr eine von diesen drei Sachen. Entweder eine Abstimmung oder so einen Sticker, wo man draufklicken kann oder eine Frage, wo Leute etwas eintippen, Neno hat es so gemacht. Er hat gesagt, dass jeder einmal seinen Namen in seine Telefonnummer eintippen muss. Kann man machen, ist aber so, wenn du jetzt gerade mal nur 200 Follower hast, ist es vielleicht jetzt auch nicht das Beste zu sagen, hey, schreib jetzt deinen Namen in deine Telefonnummer rein, weil es ist nicht so, dass du jetzt irgendwie, keine Ahnung, wie viele Leute da drauf hast. Deswegen, ich würde euch empfehlen, am Anfang tendenziell eher für die oberen zwei zu gehen, okay? Ich wollte es aber nur mit einbringen, weil Neno hat das so gemacht. Okay? Das heißt, ihr könnt entweder eine Abstimmung machen. Hier zum Beispiel habe ich als Beispiel aufgeschrieben, hey, ich bin aktuell auf der Suche nach fünf Mädels, die sich auch schon immer etwas auf Social Media aufbauen wollten, ohne eine Reichweite oder ohne eine Riesenreichweite haben zu müssen, okay? Einfach als Beispiel, okay? Es ist random irgendein Text, ihr macht einfach den Text rein, auf was für ein Thema es sich hier bezieht, okay? Weil diese Storys werden jedes Mal anders aussehen. Mal werden über dieses Thema reden, mal über das, mal über das, okay? Es ist nie pauschal immer das Gleiche. Es wäre langweilig, wenn ihr immer das Gleiche sagt, okay? Deswegen darauf bezieht sich der Text und danach macht ihr eben hier entweder eine Umfrage, stimme hier ab, wenn du dabei sein willst zum Beispiel. Bin dabei, noch ein paar Infos vorab wären, super. Das heißt, diese Abstimmungen müssen immer nur positiv sein. Ich habe schon oft bei euch Abstimmungen gesehen, wo ein Ja und ein Nein drin vorkommen. Bitte, bitte nicht machen. Okay? Es sollte kein Nein drin vorkommen. Warum wollt ihr eine Person die Möglichkeit geben, Nein zu klicken? Okay? Deswegen macht entweder bin dabei, ja, oder hey, noch ein paar Infos vorab wären, super. Oder noch mehr Möglichkeiten, wenn ihr wollt, genau. Oder ihr macht eben diesen Sticker und sagt den Leuten, sie sollen auf den Sticker klicken. Ich würde euch empfehlen, eher das obere zu machen als Nummer eins, aber Sticker geht es uns auch. Bei Sticker müsst ihr aber der Person immer selber schreiben. Okay? Das heißt, auch da selber, aber da ist so ein bisschen unsicherer selber, finde ich, weil da ist es immer so, manche Leute klicken aus Versehen eher so da drauf und da eher nicht so aus Versehen. Aus meiner Erfahrung, so wenn ich mal Sticker gepostet habe und mal das. Deswegen suchst euch aus, aber das sind auf jeden Fall die Möglichkeiten. Das heißt, ich hoffe, das war verständlich, Leute. Es ist wirklich sehr simpel. Es klingt vielleicht kompliziert, aber es ist total simpel. Neugierde, Testimonial, Call to Action. Okay? Genau so. Und das kannst du jetzt auf deine Art und Weise umsetzen. Glaub mir, das funktioniert. Leute werden sich melden und ihr habt nicht mal einen Aufwand groß dazu. Also die Leute kommen ja von selber. Okay? Der einzige Aufwand, der ihr habt, ist halt eben die Story zu machen. Okay? Und so könnt ihr wirklich genau die richtigen Leute erreichen, weil wenn ihr eine Story darüber macht, beispielsweise, ich wollte gerade schon hier machen, beispielsweise eine Story dazu macht, dann klicken Leute darauf, dann wisst ihr ja schon, okay, das sind auf jeden Fall Leute, die daran interessiert sind. Okay? Das heißt, ihr habt die Leute gleich schon mal so ein bisschen rausgefiltert. Genau. Soviel dazu. Ich hoffe, dazu gibt es keine Fragen. Ich hoffe, das Ganze war klar. Wir gehen auf jeden Fall weiter noch ins letzte Thema. Wir haben noch ein paar Minütchen Zeit und zwar noch ein paar zusätzliche Tipps, Leute. Heute habe ich echt einen Sprachfehler, weil ich irgendwie so schnell rede. Aber ein paar zusätzliche Tipps, die Farida euch auf jeden Fall mitgeben wird. Deswegen noch einmal let's go Farida. Okay, ich glaube, du musst mich nochmal anfangen, weil vorhin bin ich ja rausgeflogen. Ich glaube, das ist jetzt eh egal. Tatsächlich war ich jetzt... Hast du... Okay. Okay, perfekt. Ja, jetzt passt es auf jeden Fall. Jetzt habe ich es gegeben. Alles gut. Okay, auf jeden Fall zu den zusätzlichen Tipps möchte ich euch erstmal eine Frage stellen, die ihr euch selber stellen solltet. Und zwar, für wen postet ihr? Weil ich habe manchmal das Gefühl, wir haben dann richtig Angst zu posten, weil wir uns so denken, oh mein Gott, was, wenn der das sieht, was, wenn der das sieht. Willst du überhaupt mit dieser Person zusammenarbeiten? Wenn du dich so fürchtest davor, dass die Person dann deine Story siehst, willst du diese Person in deinem Team haben? Wenn die Antwort nein ist, dann postest du nicht für sie. Das heißt, das ist dann egal, was die Person sagt oder denkt. Du postest, wenn du sagst, ich poste für meine Freunde, die unwissend sind, die vielleicht Interesse an diesem Business haben, dann postest du genau für diese Freunde, die wissen wollen, was du machst. Das heißt, sie haben Interesse daran, was du machst. Deswegen geh auch mit der Confidence da rein in deine Story und tu auch wirklich so, als ob jeder wissen möchte, was du da gerade machst und ich finde das sehr, sehr wichtig und gleichzeitig auch, dass man, während man das Ganze macht, also diese Storys und alles andere, dass man sich einfach nicht unterkriegen lässt. Egal, was kommt, ja, nein, ist egal. Du lässt dich einfach nicht unterkriegen, sondern machst weiter, weil dein Ziel ist es nicht, ein, zwei, drei Leute zu starten, also wenn du P300 oder P6 gehen willst oder P1, dann ist dein Ziel, nicht ein paar Leute zu starten, sondern eine Menge Leute. zu starten. Das heißt, dein Ziel sind mehrere Leute und nicht diese einzelne Person, die Nein sagen, weil es kann sein, dass darunter eine Person ist, die Ja sagt, die mit dir dann zusammen das Business aufbaut. Das musst du dir im Hinterkopf lassen und ich möchte auch zur Akquise ganz kurz eine Sache sagen, generell, sei unique, auch bei deinen Storys. Versuch nicht alles so, wie nenn ich das mal, du kannst es, so wie jetzt zum Beispiel Mirjana uns das komplett vorgegeben hat, kannst du es genauso anwenden und versuch andere Sachen immer einzubringen. Versuch immer andere Themen reinzubringen, zum Beispiel bei den Fotos, nicht immer go live zu pausen, sondern zum Beispiel postest du mal einen Chart. Das ist zum Beispiel auch eine Sache, die Leute interessiert. Oh mein Gott, du tradest? Krass, hä? Was ist das denn jetzt? Und dann ist man direkt wieder drin und dann kannst du wieder eine andere Testimonie. Leute, wir haben so viele Sachen, über die man sprechen kann. Wir haben über Forex, ja? Selbst wenn du Forex nicht tradest, kannst du trotzdem darüber reden, hä? Also es gibt ja vielleicht Leute, die daran interessiert sind, zu traden, obwohl du gerade UGC machst. Du kannst ihn doch jetzt nicht das verwehren, nur weil du eine Sache machst. Und genauso auch mit UGC. Wir haben täglich, als einfach mal posten. Und dann fragen sich die Leute, hä, was ist das denn? Da steht 20 Kooperationen. Was heißt das? So welche Sachen, das kann man voll für sich nutzen. Und gleichzeitig kannst du auch, wenn du zum Beispiel sagst, ey, ich möchte noch mal auf meine Follower direkt eingehen, dann kannst du auch deine Follower anschreiben. Du kannst deine Likes anschreiben. Und wenn du so denkst, okay, mit einem Text wird das schon, würdest du selber auf einen Text antworten? Wenn die Antwort nein ist, dann mach keine Text. Wenn du sagst, auf Audios würdest du antworten, dann mach Audios. Aber wenn du wirklich sagst, ey, ich will mal was ganz anderes ausprobieren, probier es mal mit Videos. Ich habe auch gedacht, ich würde es mich niemals trauen, ein Video zu machen. Aber ich habe so viele Komplimente bekommen, als ich angefangen habe, Videos zu schicken, wo ich mir so teilweise dachte, das ist heftig. Und bei Audios würde ich mich kurz halten, auch generell. Aber wie gesagt, also auf so viele Sachen könnt ihr auch noch mal privat auf uns zukommen, wenn ihr da mehr in Details haben möchtet. Aber generell ist es halt sehr, sehr wichtig, dass ihr nicht eure Confidence verliert. Weil ganz ehrlich, IM hat schon mehr als einmal gezeigt oder mehr als tausendmal gezeigt, dass das Ganze hier funktioniert. Und es kann für jeden funktionieren. Es gab krasse Geschichten, wo Leute keine Ahnung, woher kamen und die haben es trotzdem geschafft. Das heißt, warum solltest du es nicht schaffen? Warum sollten es deine Teampartner nicht schaffen? Es funktioniert. Und das ist das Einzige, was du im Hinterkopf behalten musst, bei jeder einzelnen Sache, die du tust, bei jeder Story. Es funktioniert. Wenn jemand Nein sagt, es funktioniert. Es klappt sowieso. Am Ende, egal was kommt. Und ja, damit will ich auf jeden Fall meinen Part beenden. Und ich weiß nicht, ob Mirjana vielleicht noch ein paar andere zusätzliche Tipps hat. Oder? Okay. Oh, ich höre dich nicht. Du bist dumm. Ich meinte perfekt. Das, was Farida gesagt hat, kann ich zu 100% unterstreichen. Und auch selbst, wenn ihr nicht die Person eben so krass pitcht, dann einfach immer zu schauen, mal mit Leuten in Kontakt zu sein. Das ist auch eine Sache, die ich jetzt wieder mehr mache, einfach mit Leuten so in Kontakt zu stehen und gar nicht effektiv zu sagen, so hey, Business hier, Business da. Weil wenn ihr dann diese Storys postet und eh schon parallel gerade mit 10, 20, 30, 40 Leuten über Instagram regelmäßig in Kontakt seid, dann werden genau diese Leute euch am ersten schreiben. Weil die halt eben, ja, dann eh schon mit euch in Kontakt stehen und die Barriere einfach geringer ist. Deswegen schaut, dass ihr da einfach den Kontakt mit euren Followern ziemlich aufrecht erhaltet. Und damit, Leute, habt ihr, glaube ich, jetzt echt genug Tipps bekommen, Leute. Das heißt, ihr wisst es nochmal so ein bisschen genauer. Hey, was steckt denn da? 2, 4, 3, 3, P6, Tipps bekommen. Deswegen, ich würde sagen, ab in die Umsetzung, Leute. Heute war sehr viel dabei, was wir auf jeden Fall jetzt umsetzen können. Und ja, lass uns da auf jeden Fall keine weitere Zeit verlieren. Ich schaue jetzt mal ganz kurz hier, wie ich die Aufnahme stoppe kann. Stoppen, stoppen.